Bevor es gleich mit einer neuen Folge von Kraut im Ohr losgeht, habe ich noch eine kleine Überraschung für dich. Ich habe mich nämlich hingesetzt und einen Sammelkalender für essbare Wildpflanzen für dich erstellt. Den Download hierzu findest du in den Shownotes, das heißt, wenn du dich zu meinem Newsletter anmeldest, dann bekommst du automatisch auch den Link zu dem Sammelkalender für essbare Wildpflanzen dazu. Und ja, ich habe mir dabei sehr viel Mühe gegeben und ich weiß einfach, dass ganz, ganz viele sich so etwas gewünscht haben. Genau deswegen habe ich das jetzt erstellt und ja, wie gesagt, den Link dazu findest du in den Shownotes. Ich würde mich total freuen, wenn du den Sammelkalender für dich nutzt. Der ist wirklich auch super schön, der ist auch dafür gedacht, dass du dir den ausdruckst und wirklich an die Wand hängst, damit du immer weißt, welche essbaren Wildpflanzen du aktuell sammeln kannst. Und jetzt ganz viel Freude bei diesem tollen Podcast. Tschüss! Hallo und herzlich willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanie und unsere Vision ist es, das Wissen um die Kraft und Wirkung von Wildpflanzen zu verbreitern. Wir möchten uns für eine Lebensweise einsetzen, die Natur nicht als fremde Welt versteht, in die man hineingeht, sondern als existenziellen Bestandteil allen Daseins. Wildpflanzen liefern uns oft erstaunliche Antworten für alltägliche Herausforderungen und begleiten die Menschen seit Jahrtausenden. Diese alte Verbindung möchten wir bestärken. Und daher hörst du heute wieder einen Track aus der Reihe Kraut History, die so manch spannende Story in petto hat. Noch mehr Geschichten erzählt übrigens auch unser fantastisches Buch Krautstrauß auf seinen über 200 Seiten wunderschön illustriert und immer wieder eine Augenweide mit Lesegenuss. Gern gleich nach dem Hören bestellen unter www.lunaherbs.de Und jetzt Kraut History – Was im Schlafmond steckt Was dich jetzt erwartet Eine Geschichte, in der ein Pflanzenwirkstoff zum ersten Mal exakt bestimmt und extrahiert wird. Eine Geschichte mit Umwegen. Eine Geschichte, die zuweilen in Todesnähe spielt, mindestens einen Hund auf dem Gewissen hat. Und die Geschichte einer Entdeckung, die nachhaltig nicht nur die Medizin verändert. Was jahrhundertelang mehr oder weniger unaufgeregt zu manch freudiger Ekstase geführt hatte, ungezählten Schmerz lindern konnte und dem Schlaf die Hand reichte, wird nun in den sezierenden Blick genommen und im weiteren Verlauf der Geschichte zunehmend zum Teufelszeug. Diese Geschichte beginnt im beschaulichten Nestfalen und vor rund 250 Jahren. Die Bühne betritt ein Mann mit Namen Friedrich Wilhelm Sertürner. Er erblickt am 19. Juni 1783 als Sohn eines fürstbischöflichen Landvermessers das Licht einer überschaubaren Landwelt nahe Paderborn. Als der Bube 15 Jahre alt ist, stirbt sein Vater und hinterlässt die Familie mittellos. Statt in dessen Fußstapfen zu treten, ist Umdenken angesagt. Denn an ein kostspieliges Studium als Landvermesser ist nicht zu denken. Daher absolviert Friedrich Wilhelm ab 1799 eine vierjährige Apothekerausbildung in der Kramerschen Hofapotheke in Paderborn am Markt, unweit vom Dom und erweist sich als äußerst talentiert. Tauchen wir kurz ein in die Welt der Tiegel und Töpfe von damals, als nicht mehr als eine Feuerstelle, ein Sandkasten zum Ablöschen oder Warmhalten und eine Distille als einfaches Labor im Hinterzimmer taugt. Eine Apotheke gleicht damals noch eher einer Hexenküche als dem heutigen, sterilen Supermarkt voller abgepackter Medikamente, platziert nach der Marktmacht ihrer Hersteller. Man stellt Pillen und Tinkturen her, braut Essenzen, rührt Seiben an und verarbeitet Kräuter. Die üblicherweise dort tätigen Herren verkaufen Fuchslunge und gedörrte Kröten, Hirnschale und Wiepernfett, Pastillen und Trockenfrüchte, Farben und Tinte, zuweilen süß und drogerierbaren, so sie erhältlich sind. Kurz, ein alchemistisches Universum an Zutaten, die helfen mochten. Oder auch nicht. Eine genaue Dosierung gleicht einem Wabonkspiel, das nicht immer gut auszugehen braucht. So auch bei einem Stoff, der seit Jahrtausenden durch die Heilkunde geistert, dem noch nichts Verbotenes anhaftet und das stärkste Schlaf- und Schmerzmittel weltweit ist. Immer schon und bis heute. Opium. Damals noch frei erhältlich. Opium ist der eingetrocknete Milchsaft aus den unreifen Kapseln des Schlafmohns. Der Schlafmohn enthält die wichtigsten narkotisierenden Stoffe, die das Pflanzenreich bereithält. Opium ist ein gewisser Verkaufsschlager. Scheinbar schlafen die Paderborner nicht gut. Doch der Turner stellt fest, dass die Wirkung seiner in der Apotheke verkauften Präparate zu Zwecken der Einschlafhilfe höchst unterschiedlich ist. Und er ist ein Kind seiner Zeit, die Forscher, Geist und Entdecker Drang neu definiert. Und daher kommt er auf die Idee, sich auf die Suche nach dem schlaffördernden Stoff im Schlafmohn zu machen. Er will ihn isolieren, um ihn besser dosieren zu können. Ganz Europa fahndet damals nach Möglichkeiten, Pflanzen in ihre chemischen Bestandteile zerlegen zu können. Bislang noch ohne Erfolg. Wir schreiben das Jahr 1803-1804, als der Turner sich daran macht, auf die ihm eigene Suche zu gehen. In akribischen Versuchen, 57 an der Zahl, kocht und filtert, destilliert und dokumentiert er. Schritt für Schritt tastet er sich an die Funktionsweise der jahrtausendelang benutzten Substanz heran, die an vielen Stellen der Erde als Schlaf- und Schmerzmittel ihre Anwendung findet und als ritualbehaftetes Rauschmittel zur Legende wird. Rohopium enthält 25 verschiedene Alkaloide, wie sie heute heißen, giftige, basisch reagierende, stickstoffhaltige Substanzen. Saturner experimentiert in übel riechenden Dämpfen als Jungspund und Heißsporn, angetrieben von Neugierde und Ehrgeiz. An einem Hund versucht er folgendes, Zitat, 6 Gram der rohen Substanz, so wie sie aus einer wässerichten Opium-Extraktion geschieden, in drei Quäntchen Alkohol durchs Kochen aufgelöst, mit etwas Zuckersaft vermischt. Der Hund wird hundemüde und er bricht sich, so lange bis Saturner die Dosierung erhöht und der Hund das Experiment nicht mehr überleben kann. Ein folgenschwerer Tierversuch, denn da ist was, ein grauer Rückstand im Kolben, das muss das gesuchte Alkaloid sein, eine kristallinalkalische Substanz, die er dem griechischen Gott des Schlafes widmet. Morpheus steht Pate für das Morphin, das schlafmachende Prinzip im Opium, wie er es nennt, erstmals isoliert, von einem Bürschlein Anfang 20, einem nicht studierten Gehilfen, der gerade mal seine Lehre absolviert hat, in Paderborn. Eine chemische Sensation. Zitat, ich glaube mit Gewissheit schließen zu dürfen, dass die große Reizbarkeit des Opiums von diesem besonderen kristallisierbaren Körper herzuleiten ist. Ohne mit der Wimper zu zucken, veröffentlicht er seine Erkenntnisse 1805 im führenden Fachblatt. Eine Lachnummer. Was sollte ein kleiner, unbekannter Apothekerjüngling schon herausfinden? Die gestrenge Welt gelehrter Herren ist ein Closed Circle, die erst durch zahlreiche Experimente und Verifizierungen überzeugt werden kann. Es folgt ein herablassender Kommentar des Herausgebers. Die gelehrte Apothekerwelt ignoriert Saturner und seine bahnbrechende Entdeckung. Die ist im Detail deswegen so neu, weil er herausfindet, dass es eine Base ist, die hier wirksam ist. Davor hatte man stets angenommen, die pflanzlichen Wirkstoffe lägen nur als Säuren vor. Daher entgeht vielen Chemikern, die allerorts fieberhaft auf der Suche nach eben jener Substanz im Opium sind, die Entdeckung des Morphiums. Doch Saturner bleibt, vielleicht gerade weil er nicht studiert hat, unbeirrt. Er isoliert und systematisiert und schreibt auf. Und zum ersten Mal in der Geschichte gelingt es, unerträgliche Schmerzen zuverlässig und exakt dosiert lindern zu können. Damit begründet er letztlich im kleinen Hinterzimmer einer katholischen Kleinstadt die Alkaloidforschung, die moderne Schmerztherapie und die experimentelle Pharmazie. Doch schicksalhafterweise interessiert das damals niemanden. Saturner packt enttäuscht seine sieben Sachen, kehrt Paderborn den Rücken und bricht ins niedersächsische Einbeck auf. Dort lockt die eigenständige Führung einer Apotheke, nachdem seit 1808 im damals neu gegründeten Königreich Westfalen, Napoleon war so frei, die Gewerbefreiheit Einzug gehalten hat. Leider ist das Glück nicht von langer Dauer. Mit dem jäzehen Ende des selbsternannten französischen Kaisers, der nun am anderen Ende der Welt in St. Helena seinen letzten Atemzügen entgegenblickt und der ganz Europa auf den Kopf gestellt hat, ist die Neuordnung auf dem Kontinent nötig. Das Königreich Hannover entsteht um Einbeck und schafft die Gewerbefreiheit wieder ab. Es erlaubt nur noch eine Apotheke am Ort. Ein zermürbender Rechtsstreit zwischen Saturner und seinem Konkurrenten legt lange Schatten über die kleine Fachwerkstatt, die bis heute sein Erbe in einer sehenswerten Ausstellung im Stadtmuseum hochhält. Und die Sache mit seiner bahnbrechenden Erfindung stockt ebenso. Verzweifelt beschäftigt er sich mit anderen Modethemen wie der Elektrizität, der Ballonfahrt oder der Bakteriologie, die erst 50 Jahre später unter Robert Koch furiose Erfolge feiern sollte. Weit vor dem gefeierten Star der Medizingeschichte des 19. Jahrhunderts forscht Saturner zur Cholera und macht wichtige Beobachtungen. Er hat vieles, was wir heute als Nerd bezeichnen würden, wobei ihm zu Pass kommt, dass die Zeit eine war, die das Experimentieren liebt. Er interessiert sich für das Geschützwesen, experimentiert mit Schießpulver, seziert Pflanzen und begründet die Zeitschrift Annalen für das Universalsystem der Elemente. Doch scheint Saturner in einer Art Zeitloch gefangen, seine enorme Erfindung nicht wahrgenommen, seine vielen genialen Ideen noch nicht verstanden. Tja, und irgendwie hängt er jetzt immer noch und ziemlich am Morphium, ohne seine abhängig machende Wirkung durchdrungen zu haben. Es lässt ihn nicht los. Zitat Ende. Sertürner schafft es gerade noch, sich und seinen zur Dokumentation eingeladenen Freunden eine, Zitat, Viertelbouteille starken Essigs zu verabreichen. Sonst wären sie alle gestorben. Weiterhin hochmotiviert veröffentlicht er 1817 seine Arbeit über das Morphium, eine neue salzfähige Grundlage und die Mekonsäure als Hauptbestandteil des Opiums in den Annalen der Physik. Und wiederum passiert nichts. Bis ein französischer Physiker die Zeilen ins Französische übersetzt, wo Pflanzenchemie gerade extrem en vogue ist. Verhaltener Applaus regt sich. Sertürner wird in Jena als Dr. Phil promoviert. Doch bis es zur wirklichen Anerkennung seiner Leistung kommt, vergehen Jahrzehnte. Jahrzehnte, die der wissenschaftliche Autodidakt in Verbitterung zubringt, auch wenn es ihm gelingt, sich endlich finanziell über Wasser zu halten. Grund dafür ist die 1821 geschlossene Ehe mit einer Einbecker Offizierstochter Eleonore von Rettenberg. Eine gute Partie. So konnte er 1821 mit ihrem Geld die Ratsapotheke in Hameln kaufen. Er wird Vater von vier Töchtern und drei Söhnen. Einer davon wird später die Apotheke des Vaters übernehmen, die du heute noch besuchen kannst. Ein anderer gründet die erste chemische Fabrik in Hameln. Erst in den 1830er Jahren erhält Sertürner eine Prämie von nennenswerter Höhe vom Institut de France und wird mit Mitgliedschaften in akademischen Vereinigungen überschüttet. Doch Sertürner bleibt ein Sonderling, ob schon er eben mit seinem systematischen Vorgehen und der Isolation eines klar definierten Wirkstoffs einen Paradigmenwechsel in der Geschichte der Heilkunst erreicht hat. Sertürner ist der Erste, dem es gelingt, ein lange gehütetes Geheimnis der Natur zu lüften. Zitat Es ist genau dieser Blickwinkel, der der ganzheitlichen Pflanzenkenntnis gegenübersteht. Was folgt, ist die Jagd nach weiteren Arzneistoffen in reinen Form. Der Blick auf die dahinterliegende Pflanze fokussiert sich auf die Ausschlachtung ihrer wirksamsten Eigenschaften. Morphin, Chinin, Narkotin, Bruzin, Koffein. Die Welt der Chemie fängt an zu brodeln und zu blubbern vor lauter Entdeckergeist. Der Begriff Alkaloid entsteht ab ungefähr 1820. Doch mit dem letztlich aufgestöberten und definierten Stoff ist noch nicht jede Hürde genommen. Wie will man all diese Mittel in guter und gleichbleibender Qualität herstellen? Denn das ist ja schließlich auch der Ausgangspunkt von Sertürners Überlegungen gewesen und mit den Bordmitteln in der skizzierten, einfachen Laborküche ist dies wohl kaum möglich. Wie passend, dass zeitgleich die Idee von Fabriken um sich greift, wo standardmäßig und in großen Mengen Produkte besser und billiger herzustellen sind. Die erste Alkaloidfabrik entsteht auf französischem Boden mit Chinin. Weitere chemisch-pharmazeutische Fabriken folgen dann auch bald rechts des Rheins. Nicht mehr lange und die Palette der Stoffe erweitert sich. Eine bis heute nachwirkende Revolution unseres Naturverständnisses geht mit dem Blick auf sezierbare Molekülketten durch die Decke. Heute denken wir zumeist nur noch vom Wirkstoff aus. Nutzen und Ertrag, das ist uns eingetrichtert. Doch der Kontext und die Ganzheitlichkeit, die geht uns oft genug verloren. Und so nimmt es nicht Wunder, wenn Segen und Fluch folgen, sobald nie für die Öffentlichkeit Bestimmtes plötzlich ans Tageslicht kommt. Wenn sich lange und wohl auch besser zu hütende Geheimnisse in den Dampf der Destillation auflösen. Die Natur gibt eben nur höchst ungern Preis, was sie im Innersten bewegt. Und der Preis, den wir für ihre Entschlüsselung zahlen, ist stets hoch. Ja, wir haben soeben hier einen Schatz erhalten. Den Segen eines verlässlich wirkenden Arzneimittels, das qualvollen Schmerzen zuverlässig und kalkulierbar dem Kampf ansagen kann. Wer je im Museum einen Blick auf Amputationsbesteck, chirurgische Sägen oder Werkzeuge von Zahnreißern erhaschen konnte, die ohne solide Betäubung ihre Anwendung fanden. Oder wer einem Sterbenskranken beim Siechen zusieht, der versteht noch besser, was hier für eine Umwälzung im Gang ist. Bis heute ist das Morphin etwa aus der Krebstherapie oder der Palliativmedizin nicht mehr wegzudenken. Es öffnet sich aber zugleich die Büchse der Pandora und entlässt einen heftigen Fluch in Gestalt weiterer modifizierter Moleküle aus dem Geist des Morphins, das die grässliche Fratze des Heroins hervorbringt. Gepaart mit der fast zeitgleichen Erfindung der Injektionsnadel, kommt der Giftstoff glasklar und ungefiltert ins Blut und passiert die Schranke zum Gehirn mit verheerenden Folgen für diejenigen, die der Sucht verfallen, aus der es kaum einen drinnen gibt. Wenn ein Stoff maßlos entfesselt ist, und das gilt eigentlich für fast alles, was die Natur ebenso nicht vorsieht, ist allerhöchste Alarmstufe angesagt. Friedrich Wilhelm Satürner sieht das alles heraufziehen am turbulenten Horizont der neuen Zeiten. 1840, ein Jahr vor seinem Tod, ersucht er daher erneut, die Universität zu Göttingen, dort Vorlesungen halten zu dürfen. Doch der nicht studierte, zwar dekorierte Doktor, erhält keine Genehmigung. Und das nagt an ihm, der Zeit seines Lebens nach Geltung und Anerkennung strebte und dafür tatsächlich eine weitreichende und weltumspannende Entdeckung gemacht hat. Das nagt an ihm ebenso wie die Gicht. Er stirbt am 20. Februar 1841 in Hameln und liegt heute in der Kapelle St. Bartholomei vor den Toren Einbecks begraben. Seine Schmerzen bis zum Schluss lindert, mutmaßlich eben auch bei seinem Erfinder, das Morphium. Das war eine weitere Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind wieder mal tief in die Geschichte eingetaucht und haben bahnbrechendes hervorgezaubert. Bitte höre dir auch den hierzu passenden Track zum Schlafmohn generell an. Und hat's dir gefallen? Dann freuen wir uns über eine nette Zeile und denk daran, Melanies Newsletter zu abonnieren. So verpasst du keine nächste neue Zeile. In diesem Sinn freut sich schon aufs nächste Mal deine Mo. Vielen Dank. Vielen Dank.